Willkommen zurück zu einem neuen Special Video. In diesem Special Video versuchen wir mal ein paar Spiele aus. Mehr oder weniger gut. Hoffentlich eins besser als das andere. Das sieht zumindest lustig aus. Und geht direkt los. Okay. Ich versuche ein bisschen Twistmuszend Games zu spielen. Und ich habe mal einen Schiffen bekommen. Okay. Ein bisschen Jump'n'Run hier. Wir spielen hier den Boss eines Unternehmens. Autsch. Ich hoffe es wird er dauern. Ja. Frohe Konsumnachten. Oder so. Das gab es kostenlos auf Steam. Ich habe mich gefunden. Sonst könnt ihr hier wieder meine Jump'n'Run-Skills sehen. Die nicht existenten. Zum Glück gibt es da einen Checkpoint. Vielleicht am Anfang. Au. Da gibt es einen Deathcounter auf. Scheiße. Da wird am Ende dieses Videos bei 100 oder so stehen. Ich habe den Kimo noch eins drei Schläger. Bevor wir das Ende erreicht haben. Ja gut. Irgendwann schaffe ich es auch mal. Es nimmt Geld doch irgendwann mal hin. Aha. Geht aufgesammelt. Checkpoints. Basecamp. Ja. Ich schütze das mal hier ab. Ich verliere ich Geld jedes Mal wenn ich sterbe oder was? Ich schaue fast so. Ich mache hier Verluste. Das kann hier was werden. Ach und so als wir das wieder zurückgekehrt haben. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Ich habe schon damals Mario gespielt. Wow. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Ich habe schon damals Mario gespielt. Wow. Okay. Wie sollen wir da hoch kommen? Wie sollen wir da hoch kommen? Und dann springen ist hier nicht machbar. Die Musik ist nervtörend. Die Musik sind nervtörend. Ich will das jetzt nicht verlieren. Ich will das nicht. Aber es geht dort nicht. Ich will das nicht. das ist so das spiel von uns und da kommen wir nicht hoch und die störung mal irgendwie was nachgucken down hold position 1 left control hold position ok jump zx zxc oha oha jetzt sind wir vorher gesprungen können wir sachen mit x kümmer kann man seine spannen müssen wir jetzt wieder mal rüber kommen das können wir hier mal können wir es irgendwie stören könnten springen und dann versuchen wir hier irgendwo und dann können wir damit die 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 Vielleicht können wir auch von hier aus. Jetzt können wir nicht. Wir können dann hochcoatschen. Mist, jetzt können wir hier nicht mehr lang. Das wäre eine Lösung gewesen. Von dort aus das zu spannen. Zunehmlich. Nachsam begreife ich das Spiel. Wie habe ich das vorhin diagonal gerufen? Ah, so. Ich habe immer noch keine Ahnung wie ich das gemacht habe. Eigentlich habe ich es gemacht. Darauf kommt es an. Und da sind wir. Gut, dass wir da einen Safepoint haben. Da geht es wieder runter. Nein. Na hin. Na, fantastisch. Das Spiel ist gar nicht so. Das ist das hier. Wenn die Stöten mal raus hat. Dann haben wir das mal raus. Wieder ein Treffen, jetzt muss ich hier noch einen Punkt hinpacken, verdammt, naja fast. Ich kümmere da hoch, irgendwie nicht, die Spiegelstunde habe ich noch nicht so ganz kapiert. So mit X und dann zwei Punkte verbunden. So nicht. Sehr schön. Jetzt muss ich noch irgendwo wieder hochkommen. Oh weia. Falsche Richtung. Wäre auch nicht hier. Dammit. Das schaffen wir nie. Nein. Ja, das sollte jetzt mit dem hier verbunden sein. Genau so. Nicht schlecht. Jetzt kümm ich da nicht hoch oder was. Jetzt kommen wir da oben. Ich muss da auf den kleinen Dock hier wahrscheinlich. Um da weiter hochzukommen. Au. Wenn man mal den Dreh raus hat. Kann man das irgendwie schaffen, aber nein da nicht. Treffen muss man können. Ja komm. Ich sehe aber die Credits. Musik und SFX bei Erika Hermsen. Ja. Für kostenloses Spiel und gar nicht mal so scheiße. Kann man tatsächlich machen. Danke fürs Zuschauen. Rechts wird an demnächst ein Spiel. Auf geht's. Ich habe den Wisch. Oh, da ist viel Zeit. Ich weiß auch was. Dank ist einfach. Ich weiß nicht. Wir sind Moment. Wir brauchen den Wisch. Wir brauchen eine Wischung. Wir brauchen den Wischung. Wir brauchen den Wischung. Wir brauchen viel Dank. Wir spielen Cave Stories, Secret Santa, das kann ja auch lustig werden. Somewhere in the Sand Zone. Give around the notes. Have I told you the story about when Chabba tried to steal Christmas during peaceful times. The weapons businesses slow down. So Chabba and the other Gaudi hatched a plan. It was the night before Christmas they kept into everyone's homes and stole the presents. Well, Balrog overhead built the plot and stole them right back. The closest house to the Gaudi made out was Santa's. So they teamed up and then... Santa's house. Oha, ok. Ok. Here's our little tutorial. You ate the cookies. The least facing chair. And the pot. Ok, we're in Santa. The only way. Und derchen die Häuser ein. The sign of some Ceubus on us. Ouch. Warum sind da Stacheln? Presence delivered Der Drift scheint voll zu sein 2 Center would never use a door. Old Herald Station doesn't work anymore. There's some jellyfish juice in the fridge. Okay. Jellyfish juice up. Reduce the fire obtained some charcoal. And what's it? Gifts delivered. There is one of one. Good cookies. Next level. We have to give gifts. Unwashed to be. And the computer. That really makes me nervous. The Weihnachtsmann Simulator. Please don't trap me in using that big stone block while I am recharging. Michael. Did you do that? I'm putting an advantage of these. Oh. 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 chakos haus was soll man denn da machen so was knieten oder was keiner hier wir brauchen uns die bonus cookies wir haben die cookies raus hier gibt es die bonus hier gibt es die cookies teleporter nix der welt das macht echt bock wie viel kostenloses game echt der wahnsinn wächter aufgestellt ach du scheiße ich glaube kein so schlechtes spiel bis ab scheiße jetzt aber nicht hier wieder raus kommen musik ist ein bisschen nervig na komm nein guck ich schon wieder raus hier gut gemacht du wachst das haus muss das licht noch anmachen muss das licht noch anmachen da ist mein hier in dark house note for guests try out my new light switches oh ha wir wollen die das hier die die das da hier die Sehr schön, die Kugies haben wir eingesammelt, ist ja noch relativ leicht zu schaffen, Check Bitte was? Und verkauft Restarten Ja, hier Schauen wir mal das Licht an Wenn wir das jetzt bewegen, können wir an die Vase ran Und was ist jetzt gefragt hier? Ja, wir können auch die Effekte ausschalten, das mache ich gar nicht so schlecht Können wir auch mal so spielen, ein bisschen weniger verloren da Vielleicht geht das aber nach rechts schieben geht nicht Können wir die ziehen? Aha Ah Können wir den jetzt ziehen So kurz Das macht das Ganze leichter Hm Ist das ein Messschild? So So Ihr baut den Mess Das müssen wir den Rückweg nicht verbauen Sehr schön Hm Dann raus hier Wie soll man da durchkommen? Wie soll ich zur Seite gehen? Wie soll ich zur Seite gehen? So 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 Wo Oha Ach du Scheiße Ok, wenn wir hier nicht schnell genug gehen, dann sind wir aufgeflogen Ok, da kommt ich hier nicht gucken Oh oh Das wäre unsere Chance Uah, verdammt So was das Musste merken Dabei zu nehmen Die Spieche zu den Cookies komme ich wohl nicht Die Motte kommt hier nur nach unten Ich lasse jetzt mal Motten Keine Ahnung warum hier Ach so Scheiße, ich muss alle 3 hier Also es wird spannend Ok, ich muss mich merken wann Dann sind wir auf uns raus hier Ja, 1, 2 und 3 haben wir wieder rein hier. Ok, wie verstecke ich mich jetzt ohne, dass die hier... Kommt doch gleich hier hoch. Ok, wer hat mich gesehen. Uha, knappe Sache. Jetzt wieder raus hier. Guck, ich lass mal liegen. Mir auch. Nicht so riskant. Der schafft's. Nicht schlecht. Snakehomes. Die zwei mach ich noch. Ah, verstehe. Ja. Jetzt kann ich so ausschalten. Weil der Block vor ihm natürlich kein Problem zu sorgen ist. Jetzt schauen, wie der sich verhält. Fällt doch nicht auf, dass der Baum schon geschmückt ist. Ich glaube, ich kann da in die Lücke rein. Wenn man da hoch geht. Hier ist eine Lücke. Oha. Ich muss ein Tier stacheln im Haus. Gräberhof. Jetzt kann ich hier die Käse klauen. Das haben wir geschafft mit Donuts. Oha, ich will zu viel. Da ist jetzt den Weg jetzt zu finden. Oha. Oha. Keine Guck nicht zur Seite. Jetzt ziehe ich den Weg wieder zurück. Ist das Runde oder? Wirst du das darstellen? Könnte noch Hunde sein. Aber es sehen wie früh die aus hinten. Ich denke hier für Motten. Aber Hunde wären logischer. Das ist ein Dughaus. Das machen wir noch. Danach machen wir ihn fertig. Machen wir ihn fertig. Ah ok. Ich verstehe. Und raus hier. Das war leicht. Hier wird es dann weiter gehen. Drei Hülse noch. Dann haben wir das Kapitel geschafft. Wir drücken ein bisschen länger. Semetry Haus. Ok. Ok. Wollen wir gefasst. Jetzt nichts was wir sollen. Könnte mich noch mal angucken. Wir sollen das gehen. Aha. Wie muss ich? Oh oh. Ich bin gar nicht da. Die Fekse. Hier haben wir doch im Türschrank was. Oli. Yellow Fisch. Die Wands. Durch die Wands. von der anderen Seite können wir dann durch, mal abkürzen, ist aber ein süßes Hundi mit hier wieder raus, ach du Scheiße, irgendwie will ich keine Scheiße bauen, kriegen wir das jetzt wieder aus, so, Gifts delivered, dann kommen die zwei, schaffen wir noch, aber, kommt der Schritt, trefft, mal schau, geht's nicht, klatschen, naja, kommt der Schritt bestellt, legst du nicht, schau, fährst du nicht, schau, ne, schau, ne, schau, ne, schau, ne, schau, ne, schau, ne, schau, das ist Feuer ist an, Was ist denn der Wort? Wahrscheinlich werden wir in so ein Haus. Schnell wieder raus, oder können wir noch die Kekse besuchen? Müssen wir den Jellyfischtoos noch mitnehmen, dann etwas vorher bischen. Kekse finde ich hier nicht. Wo ging es denn hier raus? Müssen wir den Weg nach draußen abgesperrt. Mist. Ich hoffe, ich habe hier noch eine Liste. Ah ja hier C'est Aschum Keine Kekse gefunden, aber gut, weiter geht's, L-Shaped Homes, oh oh, was haben wir entdeckt? Wir wollen eine Barsche. Ich gucke da nicht nach unten. Ich glaube das sind Wachhunde. Überwachmocken. Sieht mir wirklich mehr nach Mocken aus, aber... Okay, mit Käse kommen wir nicht ran, oder... Das ist in einem abgeschlossenen Raum, ich weiß nicht, wie das klappen soll. Wir können mal durch die Küche gucken, kochen und gucken, äh... Gucken hier. Ah, hier. Okay, ich sehe was wir noch mal. Sehr schön Schafft aber noch nicht gestillert und mitnehmen können, aber dann kommt es. Und was bist du noch? Du bist drei geschafft. Das ist ja großartig. Na dann würde ich mal sagen, das war nächstes Spiel. Sehen wir gleich wieder. Cave Story Security Center. Wir wollen auch beide bisher ganz gut. Und das Beste kommt zum Schluss. Ein Spiel habe ich noch für euch. Ja. Rein da. Die Demo-Version von Unusual Findings. Kein Retro-Spiel, aber ein Spiel im Retro-Look. Und es spielt, soweit ich mich nicht komplett geguckt habe, an Weihnachten. Und schauen wir mal rein, was dieses Spiel so zu bieten hat. Unusual Things. Wave 295. Oh, okay. Das ist von mir jetzt mit der Störung. Ah, okay. Wir spielen erst mal. Oder auch nicht. Vincent Falco, was did I tell you? But Dad! What did I tell you? That... I'm grounded. Exactly. And that means no TV, no radio, and no video games. That's so unfair. Okay, we did nothing. We did it for research purposes. I'm sorry, it was an accident. We didn't know that sodium was so violated. W-w-w-latty. Okay. I regret nothing. We did it for research purposes. I'm so disappointed. I was expecting at least an apology. You are not a little kid anymore. How do you think Mrs. Johnson felt about her exploding garden? Intrigued by the exploding capabilities of sodium? She was furious. And now you are grounded. So no video games. Do you understand me? I understand. That's much better. See you tomorrow. But just in case you didn't understand me well enough, I'll be taking these cartridges with me. But Dad! You didn't apologize yet. So you better think of what you did and come up with a convincing apology tomorrow. Or you're gonna keep grounded. But! I don't want you to think that your decisions don't have consequences. Because believe me. They do. Sooner or later. You're gonna have to deal with the results of your actions. And remember. Your attitudes toward other people. Matters. Anyways. Oh, damn it. I'm locking this door. Good night! It's the rest. It's the rest. Someone is throwing rocks in my window. If I had to guess, it's Nick or Tony. Eh, probably Nick. I should open the window to see what's going on. Hey, guys! Hey guys, I got some German. I got some German. Hey guys, good tonight. With the Brian Wreher-Ihhar-and-P simultane. I got some Moana. So. My audio is a Moana. Ich hoffe, mit dem Video-Einstellung ist alles in Ordnung. Sieht gut aus. Und dann schauen wir mal. Extra Terrestrial Attack Poster. Film Poster. Schrank. Someone's throwing rocks in my window. Yep. Oh, yeah. Well, me too. I think everyone heard about our, uh, experiments near Mrs. Johnson's garden. Then what are you doing here? Are you crazy? The last of the crap Tony needs to make a Signal Descrambler came in the mail! We're gonna get pay-per-view cable for free! We gotta get to Tony's house! I'm not so sure, Nick. Three words, man. Naked. Chicks. On TV. Those are four words. But... You win. Give me a minute. Just keep it quiet, alright? Okay. What do we have here? Oh. Here we have the... Pute, mit denen wir... ...intergehen können. There's the Pute in my wardrobe! Now I remember... I put it here because my sister is allergic to these flowers. Now that I say it out loud... Man, I sound paranoid. But I'm almost positive, she uses my things when I'm out. Yeah, as you can already know, the game is... Ah, that's in our mother. The game is... So in the 80's... Yeah, I think 80's... 90's... ...Jahre... ...Stil. Say, Rutscher. The Zip Line goes directly to the treehouse window. I can't talk to that. I can't talk to that. When Brian Broken Arms Tuscan tried that last year, he earned his nickname. Since then, he doesn't hang out with us anymore. Nick can be an asshole sometimes, but he's one of my best friends. I put Night Pointet Leaks... ...in Adventures. I can kick him... ...or not. Ich weiß nicht, was der Smartphone ist. Es funktioniert nur auf so vielen Leveln. Das ist meine persönliche Library von Filmkampanion-Bus. Ich habe viel Trivia über klassische Horror. Kennst du, dass Universal zwei Dracula-Filme in 1931 gemacht hat? Es gab einen Lugosi in Englisch und einen anderen in Spanisch. Persönlich? Ich mag den Spanisch noch mehr. Das ist meine persönliche Library von Filmkampanion-Bus. Hast du das? Persönlich? Die Blume ist ziemlich schmerz. Aber es ist perfekt für die Comics zu lesen, wenn du dich schlappst. Mein Niedsstand hat nur Dirty Shoes und ein paar Swampman-Comics. Das ist mein super komfortes Bett. Keine Comic-Bus schlafen hier unten. Eine Spielfigur. Einer von Luke-Masters. Ich denke, es würde schlapp sein, einen normalen Sitz-Personen zu kämpfen. Ich habe meine Fahrzeuge entfernt, nachdem ein Stunt sehr schlecht ging. Ein Empire Spacecraft Model E-90. Es kann auf Lichtschwelle mit E-10. Ich sollte die Schlüssel mit dem Schlauch zu entlocken. Das können wir gleich mal ausprobieren. Hier. Und zack. Ein Mann. Schmerz. Es ist voll von Kleid und alten Sachen. Warum schloss ich das mit dem Schlüssel? Oh ja, meine Stimme wollte mich holen. Hey, mein altes Roboter-Battlesstation! Ich kann nicht mit ihm sprechen. Die beste Konsole, die immer existiert. Und es ist alles meine! 8 Bisschen von rauhen Kraft! Ich kann nicht Roboto benutzen. Das war meine Mutter TV. Es ist schwarze und schwarze und die Antenne nicht wirklich aufhört. Aber es funktioniert mit meinen Video-Games. Und das ist wirklich die einzige, die ich brauche. Ich kann nicht Roboto benutzen. Wofür können wir es dann nutzen? Ich weiß, dass es nur ein Bisschen ist. Aber als ich ein kleiner Kind hatte, musste ich pretend, dass es eine Spielstation war. Nämlich Roboto. Ich schreibe Mr. Roboto mit einem Marker. Ah. Ich muss noch mal weg. Ich bin in der Garten. Ich bin in der Garten. Ich muss nicht weg. Durch die Tür. Es ist locket. Wir müssen noch was tun, was wir kombinieren können. Das kann man vielleicht nutzen. Diese Figuren sind für schauen, nicht zu spielen. Ich habe bereits einen wie das, also Modelle sind zu schauen, nicht zu spielen. Wenn du meinst. Können wir vielleicht das eine mit dem anderen kombinieren? Ja, sehr schön. Kannst du... Hey! Was? Bist du sicher, dass Tony ein Signal-Entschlüssel gemacht hat? Hat Tony nicht auch Hausarrest? Kannst du mir helfen, rauszukommen? Ist hier jemand? Kannst du das Fenster des Baumhauses öffnen? Gib mir nur eine Minute. Ja, sicher. Ja, natürlich. Probierlich. Vielleicht. Vielleicht. Das Problem ist, es gibt eine große Chance, dass wir heute nicht zu sehen, dass du nicht zu sehen. Und du nicht vermisst. Ja. 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 Europard. Der ist angenehmer. Ich habschall. Was ist gebetet Кто? Wie er hat auf dem Eimer Others ermutnant. Das ist anders. Eddie Martinez ist fattig. Er ist nicht mein Freund und seine Eltern wissen nicht mein Freund. Geben es. Ich werde nicht aufhören. Ist jemand da? Die Flüge ist klar. Du bist sicher zu gehen. Perfect. Es ist South Plains am Nacht. Was erwartet? Jeder ist schlafen oder auf TV. Hm. Kannst du die Zip-Line benutzen? Ist das nicht so riskierig? Ich meine, du könntest fallen, dein Vater wird dich verletzt finden, dann wird er meine Eltern nennen und ich will das nicht passieren. Oh, was ist falsch, Nick? Chicken? Niemand kallt mich Chicken! Und du kannst die Zip-Line öffnen! Cool Insider hier. Ach ja. So, na dann, auf geht's. Action! Okay, das ist mein One-Way-Ticket. Lass uns das Ding spinnen. Äh, es hat geklappt. Wir gehen bei Epic-Lama. Scoot bei Hernan Lopez. Scoot bei Fabian Ribeiro. Und diese Leute. Und diese Leute. Zitzen. Hey Tony, we're here! Did we miss anything? No, not really. I'm almost done connecting the antenna. Are you sure this is going to work? Why does it even need the antenna if we're trying to pick up cable? I installed a transmitter on the cable box down the street. That way there's no big obvious wires leading right to this house. And believe me, this thing has way more power than we need to watch free cable. You still have those pony bedsheets? Yeah, the pony cartoon has its moments. And my grandmother thinks ponies are cool. If you say so, I guess I'll give it a second chance. I'm sure you're going to like it. And in season two, things get much better. With the first toothed pony babies and all. Megan really grew as a character. Really? Really? Anyways, I would love to keep hearing you talk about ponies, but let's go back to what is important. When are we going to start watching adult television? After some final adjustments. Can you move the antenna a bit? Okay, let me try. Oh, oh. Man, it's already kaput. Oh, ha. It's working. What the hell is that? Looks like some kind of sci-fi movie from China? What language is this even in? I have no idea. But I didn't build a descrambler, so we could catch the international channel. Let's try another one. Something's wrong. This thing is on every single channel. On the plus side, we can watch Chinese movies. What the hell was that? That wasn't a shooting star. I don't think that was a movie. What do you mean? It could be possible that we just witnessed some sort of distress call from a spaceship that just crashed in the South Plains Greenwoods. I'm not sure. What if it was just the weirdest coincidence ever? Then what are we waiting for? That wasn't far from here. Let's go find out. But what about the cable girls? Look, if that was an alien spaceship, we could be the first humans to meet fiends from another planet. Don't you want to be part of human history? But the girls... I'm pretty sure that if we become part of human history, we'll get more girls than if we stay home still in cable. You got a point. Let's get moving. Let's get moving. According to my calculations, we must be near. Yeah, it smells like burnt ass. It's too bumpy. We'll have to walk from here. Hmm. Mhm. Den Bombenstamm umwerfen. Büsse. Flüssigkeit. Können wir mit denen reden? Ne, das ist die Flüssigkeit. Große Kiefer. Es sieht aus, dass es ein Leuchtturm war. Oder eine Feuerball. Es war definitiv ein Leuchtturm. Es war so eine Woche vor, als ich mit meinem Vater hielte. Timber! Ich kann nicht darüber sprechen. Das weiß ich noch nicht. Die Flüssigkeit kontrolliert die Flüssigkeit. Das weiß ich noch nicht. Ich kann es nicht bewegen. Es ist zu russisch. Lass mich es versuchen. Ja, das ist zu russisch. Wir brauchen etwas, um es zu russisch. Die Flüssigkeit ist wirklich intensiv hier. Ich kann nichts finden in diesem... Und da unten behält, wo wir das Zeug... reinschmieren können. Ich bin fürchtet, dass sie nur noch öffnen müssen. Früher oder später. Es geht weiter. Aha. Dann geht es weiter. Schau! Die Flüssigkeit geht. Hallo? Herr Extraterrestriall, ist das du? Wir sehen deine Transmission. Wir kommen in Frieden. Sie sind nicht. Das sind nicht die Alien, die wir suchen. Das sind Wolfen. Ich wusste, dass das eine schlechte Idee war. Richtig! Sprechst du dich größer. Wolfen fast nicht auf die Kinder. Geh weg! Ich habe ein Geld zu bezahlen. Schau! 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 Ich habe drei Kinder. Und ein faszinierendes Job. Schau! 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 Sie waren glücklich, dass sie dich nicht verletzten. Du besser nach Hause gehst. Wenn du es schnell machst, ich werde nicht sagen, deine Eltern zu erzählen. Herr, ja, Herr! Los geht's! Wait! Sie wissen, was diese Blu-Liquid ist? Es war so, als wir hier sind. Sie sehen oder hören, was anderes ungewöhnlich heute Abend? Nein. Sie sagen, dass du nicht ehrlich bist mit mir bist. Oh oh. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Wir sagen, die Parkrangerinnen, dass ein von ihren Mann wurde in den Wald. Das macht Sinn. Ich denke, wir müssen es uns selbst остановieren. Wer weiß, wie viele Leute dieser Kreatur wird zu töten, bevor die Polizei herausfinden, was passiert. Was? Any suggestions on how we're gonna do that? I was thinking of setting a trap. A bear trap. No one can escape a bear trap. Ich denke, es wäre besser wäre, wenn wir ihn mit einem starken Nett verbrechen könnten. Er scheint, dass er lange Lippe hat. Also... In meiner Meinung nach... ... ein Nett wäre... ... die mehr effektive Option. Wir könnten einen großen Haufen lösen und sie mit Lippen lösen. Wer glaubst du, dass du bist? Willi, wie ein Ion? Weil deine Nett-Idea ist so viel besser. Bitte, erinnere mich. Was versuchen wir wieder zu lösen? Ein Alien oder ein Scherz? Herr Scherz? Herr Scherz? Bitte! Es gibt keine Nettbewerden. Wir wissen nichts über diesen Alien. Except, dass es alles gängig und mag die Stab. Vielleicht sollten wir eine Blanket-Approche nehmen. Wir befinden alle unsere Bases. Wir können zusammen eine größere Trap, die alle drei Ideen benutzen. Die Bases. Die Bases. Die Bases. Die Bases. Und die Bases. Die Bases. Aber wenn es nicht verliert, niemand kann es nicht schaden. Das ist fair zu mir. Und nicht über die Bases zu lösen. Ich bin sicher, dass der Bull uns hilft. Er hat mich sehr viel Geld verdient. Nein. Der Video. 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 Bis zum Ende der Demo. Erreicht. Oh. Ich dachte, die wäre länger. Die Demo. Ähm. Sehr gut. Die Fliegenfalle. Eine Mückenfalle. Heut Nacht hat mich eine Mücke terrorisiert. Und dann habe ich mich an eine geniale Mückenfalle erinnert. Ich habe hier Salz hingestreut. Die Mücke hat aber gedacht, dass es Zucker ist drauf gelandet. Hat fürchterlich durchbekommen. Und hier habe ich einen Rum rein. Und da hat die Mücke gedacht, dass es Wasser ist. Hat davon getrunken und ist benommen geworden. Ist weiter über den Stock gestolpert. und hat sich dann an dem Stein den Schädel eingeschlagen. Und, was soll ich sagen, es hat funktioniert. Genauso machen wir das. Du hast die Idee und das Ende der Demo reicht. Müsst du mehr erfahren. Füge zu und wunsch das dazu. Hm. Ich werde jetzt super gerne weiterspielen. Hm. Schade. Na dann, ähm. Joa. Da haben wir die Demo durchgespielt. Das war die Demo zu Unusual Findings. Schönes Spiel. Ich glaube, ich nach oben. Soll es sich gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Man sieht sich im nächsten Video. Ich glaube morgen schon. Oder dann übermorgen. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Frohe Weihnachten. Frohes Fest. Hab noch einen tollen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao. on. Musik